Was schreibt ihr da? Ich kenne diese Band nicht! Wollt ihr noch so ein kleines Chanson der Liebe? Moment! Ja oder nein? Das fehlt halt so nach einem Vielleicht. Haltet mal kurz alle die Fresse hier so. Allgemein. Die Frage geht ja wohl an den Veranstalter. Dürfen wir noch einen Song spielen? Mit Liebe. Er sagt einen. Einen schaffen wir. Einen! Einen! Jordan! Er ist ein невimmig! Das war's. 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 Das war's.